moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video zeige ich euch den unsichtbarkeits glitch bei dem aufgeputschte spielmodus auf firebase z und zwar leute braucht ihr hierfür mindestens einen weiteren spieler ich mache das gerade einfach in einer public lobby weil ich gerade keinen hatte zum aufnehmen aber dort geht das auch ganz ganz easy leute hierfür braucht ihr nur eine mimik und zwar muss der mimik töten indem er euch so zu sich ran zieht leute am besten geht so ein bisschen näher dran der soll euch ein bisschen damage geben dann laufen paar schritte zurück und er zieht euch daran und ihr seid komplett tot wenn ihr dann komplett tot seid dann sagt eurem kumpel dass er einfach nur überleben soll denn wenn er die runde überlebt und ihr nächste runde wieder einsteigt seid ihr komplett unsichtbar und wenn ihr sporn seht ihr auch dass euer timer weg ist dieser timer bleibt so lange weg leute bis ihr einen zombie getötet habt wie ihr seht ignorieren mich auch schon die ganzen zombies leute und ja das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das kurze video gefallen falls ihr ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls ihr noch kein abo bei mir ist kannst du das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal